Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als eine Luftmatratze zu füllen. Sie aufzublasen, das bringt mich schnell aus der Puste. Und mit einer Luftpumpe, da dauert das ja meistens ewig. Gott sei Dank habe ich da Abhilfe. Die elektrische Luftpumpe von InFactory. Damit geht das Aufpumpen künftig richtig flott, denn die Luftpumpe erledigt die Arbeit für Sie. Einfach die passenden Ventile und Stecker ansetzen, einschalten und los geht's. Innerhalb kürzester Zeit ist alles fertig. Auch in umgekehrter Richtung ist Ihnen das Gerät eine echte Hilfe, denn Sie können die Luft damit auch wieder abpumpen. Dazu müssen Sie lediglich die Aufsätze umstecken. Natürlich können Sie die Luftpumpe auch für andere Einsatzzwecke nutzen. Gymnastikbälle, Reifen, Schlauchboote und ähnliches lassen sich so mühelos aufpumpen. Mit den zusätzlichen Aufsätzen und Adaptern sind Sie so auf der sicheren Seite und künftig kommen Sie nur noch beim Wettpaddeln aus der Puste.